ja was für eine geniale aussicht ja wenn wir erstmal die navi einheit hier haben dann können wir auch noch besser fahren ja cool dann geht es wieder zurück wir fahren den gleichen weg wieder zurück und dann ins kino jetzt kommt wieder der ort des grauens ja 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 Sollte hier hast du es? ja, habe ich so auf hier ja 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 vor lauter Laub sieht man den Weg gar nicht mehr ja ist schon krass ja 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 immer diese wilden mountainbiker ja 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 immer diese schnellen mountainbiker ja ich habe schon gedacht ich habe nur das bremsgeräusch gehört dann dachte ich da kommt das jetzt von dir dann drehe ich mich um das war von dem mountainbiker ja ja ist klar der hat ja keine klingel das wäre es jetzt gewesen hätte er sich dann hingelegt ja sag ich ja wir geben ja nicht so viel gas sag ich mal ja hallo ja 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.